hallo leute ja da steht der boden erzittert da oben kommt schon jemand sehe ich gerade das ist schon mal nicht gut laufen wir mal schnell weg geht aufs logo schaut ihn euch mal an guck mal wie wir den irgendwie abhauen mit abhauen ist wohl nicht so was und ich habe überhaupt nichts gegessen auch geil oder okay was geht hier ab der boden erzittert ja mann das wird jetzt schwierig zehn punkte habe ich noch ich glaube ich muss mal etwas weiter weg laufen erst vielleicht kann ich mich so irgendwie erst mal retten ist das ein wildschwein oder was haben wir da noch hinter mir du bist ein wildschwein was mich da angreift wieso habe ich keine waffe in hand das geht ja wieder gar nicht ne sechs punkte nur noch da vorne lauert schon der nächste boah ich habe eine ganze horde hinter mir und vor mir natürlich auch noch ne alter was ist hier los noch ein wildschwein hier ist auch noch ein turm da kommen jetzt bestimmt noch ein paar skelette um die ecke ja da vorne ist noch ein ding ins machst dir keinen kopf drum ne was wir hier gerade alles entdecken aber ich glaube die trolle sind nicht mehr hinter mir kann das sein die erde bebt nicht mehr ich muss erst mal zu kräften kommen bevor er weiter machen kann da kommen jetzt natürlich immer mehr raus ne mit 33 points bräute gerade nicht hinlaufen wahrscheinlich bin ich gleich schon bei meinem anderen lager ne so weit bin ich schon gelaufen was haben wir denn für möglichkeiten mit pfeil da haben wir 97 das heißt wir nehmen pfeil und bohren es ist kaum zu glauben dass nur einer hinter mir ist wir haben 40 punkte wir müssen da dran das hat anders keinen sinn den ding müssen wir kaputt machen das hat schon mal geklappt das ist gerade noch ein wildschwein oder was hat mich da noch angegriffen jetzt kam da noch was von hinten oder was ist das uralter samen ok und da war das ein pfeil da war nur ein skelett warte mal wir haben 6 7 und was ist mit der 8 nehme ich auch mal ne vielleicht hilft mir das ja ok es geht jetzt auf jeden fall rapide was hoch hier ist jetzt nebel wohl da war wohl ein wildschwein ah guck mal da der wartete auf mich hier dahin ist noch einer es sind beide hier noch in der nähe die feuerpfeile sind dran aber hier ist keine fläche zum arbeiten also zum kämpfen das ist alles zu flach das klappt hier nicht vor allem ist es dunkel hier wäre es schon eher möglich dagegen zu kämpfen oder und ich brauche tageslicht definitiv kann ich was bauen ich müsste erst eine werkbank bauen damit ich hier was machen kann ich höre schon wieder jemanden aber das sind kleinere herrschaften so komme ich auf jeden fall wenn am holz ne wo ist er da ist er da ist noch einer ich kriege immer mehr harz aufgenommen aber irgendwie müsste ich eher was mit holz kriegen ne wie ist denn mit dingens da ist noch einer wieder wo kommen die denn alle her man man was hier alle rum liegt ne da drüben steht noch irgendwer der ist noch nass das ist bestimmt ein skelett was gerade im wasser gespawnt ist oder so so nochmal 5 bergbank brauche ich 10 holz für ok so eine maske brauche ich jetzt nicht Skelettknochen brauche ich jetzt auch nicht auch holz das ist natürlich auch noch das falsche holz was ich wahrscheinlich aufgenommen habe ne war da gar kein holz ich wollte holz aufnehmen da ist ein holz hinzugefügt holz es wird zum glück tag so jetzt kann ich hier holz aufnehmen erstmal dahinter ist noch ein holz weiß nicht das ist bestimmt ein skelett da hinten kann ich jetzt hier eine werkbank bauen 10 holz brauche ich und dann habe ich 5 dann sammeln wir noch ein bisschen holz gerade hier war noch holz jetzt passt auf jetzt fehlt ein holz wetten genau so ist es was ist hier nur wer glaube ich das ist ein reh was da steht ok was ist das wildschweinfleisch was ist das ein barsch da hinten läuft immer noch ein orc rum oder troll ich sehe ihn jetzt nicht mehr ne zurück muss ich so oder so zurück muss ich so oder so da hinten sind zwei jetzt bewegen sie sich da hinten sind zwei jetzt bewegen sie sich halt der drei trolle da ist auch noch eine meine güte und sie sich jetzt nichts mehr ja ich gehe mal hier hin und sie sich nicht mehr Ich gehe gerade weiter zum Unterstand. Ich den überhaupt nenne, oder? Ich hoffe, das sind jetzt nicht andere von Bach geworden. Da umrennt ein Reh lang. Und da läuft ja Troll lang. Das heißt ein Verlies, oder? Wo der vorsteht, ist bestimmt die Trollhöhle. Die Zwischenlage ist irgendwie defekt wahrscheinlich. Ich bin jetzt hier. Ich gehe mal einfach ein Stück weiter. Aha. Was ist der zweite nur? Die laufen auf jeden Fall zurück. Wahrscheinlich machen die gerade mein Dingens kaputt. Mein Tor. Äh, mein Lager. Ja, da ist ein roter Bereich. Das gehört zur Erde zittert, oder? Noch sehe ich hier niemand, da vorne läuft auf jeden Fall noch irgendein Krauzwerch da lang. Da ist nur einer. Der wirft mit Steinen. Das ist schon kaputt zum Glück. Ich glaube, das ist so wie der Wald ruft, ne? Die Erde zittert, oder? Warte mal, wir haben noch nichts mit dem Pilz essen, oder was? Ausdauer. Hier ist nochmal Ausdauer, nehmen wir den Honig dazu. Die Buffs sind auch wieder möglich, das ist schon mal gut. Und jetzt kommen wir in den Gefahrenbereich. Ich kann das Lager aber nicht sehen von hier, dooferweise. Das ist immer möglich. Das ist kein Ding, aber wenn hier ein Skelett ist, das ist Kupfer. Und dann ist hier auch noch eine Grabkammer, oder? Da unten ist auf jeden Fall ein Troll. Da ist ein Turm. Das ist ein Turm. Das ist ein Turm. Da ist es gemüt. Jetzt haben wir hier noch eine schicke Truhe. Ich kann nichts davon nehmen. Und leider kann ich hier auch nicht mein Ding entziehen. Der Turm ist noch ziemlich gut intakt. Ich denke mal, wir werden hier jetzt verweilen und Cut machen und in der nächsten Folge unser Lader verteidigen. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Award macht, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke. Dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare. Schreibt mir auch gerne das Video auf anderen Kanälen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020